Am 22. Januar veranstaltet die DHC von 10 Uhr bis 10.45 Uhr ein kostenloses Webinar zum Thema ISO-Norm 13485, Herausforderungen an die Validierung computergestützter Systeme. Den Anwaltelink und weitere Informationen zum Webinar erhalten Sie auf unserer Website unter www.dhc-consulting.com unter der Rubrik Termine. Falls Sie an diesem Tag keine Zeit haben, ist das aber auch gar kein Problem. Melden Sie sich einfach trotzdem an, dann erhalten Sie im Nachgang den gezeigten Foliensatz und den Link zum Podcast. Wir freuen uns auf Sie.